Bio fühlen, erleben und entdecken. Weil Bio nicht gleich Bio ist, haben wir einen Erlebnistag für Familien auf dem Demeter Bauernhof verlost. Für die Gewinnerfamilien war es dann soweit. Tür auf für einen spannenden Tag auf dem Demeter Bauernhof. Wir lernten, wie man an den Ohren erkennt, ob ein Huhn braune oder weiße Eier liegt. Wir fütterten und zähmten wilde Tiere und erfuhren, dass Demeter Kühe ihre Hörner behalten dürfen. Wir staunten, wie einfach man selbst Butter machen kann. Und haben eine echte Holzkuh gemolken. Der Erlebnistag auf dem Demeter Bauernhof war nicht nur für die Familien, sondern auch für uns ein wunderschönes Erlebnis. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam noch mehr zu entdecken.